Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Survival Games. Nach langer Zeit bin ich mal wieder alleine und wie ihr schon bemerkt habt von der letzten Aufnahme aus, ich bin jetzt wieder in der 1.6. Denn bei Hype kann man ja mit beiden Versionen spielen. Weder nicht die Map, die ich voll hasse. Survival Games 7. Egal. Ich bin alleine. Zum ersten Mal. Nach Jahren, weißt du? Nee, nicht. Ja, bis Survival Games schon. Ich war selten alleine. 1-2 Mal und das bei den ersten Aufnahmen. Aber okay. Die Framerate ist nun auch nicht geil, aber okay. Die Chunk-Updates sind zumindest gut. Zumindest lest die Welt. Ja. Das ist nicht so wie beim anderen Teil da. Mhm. Ja. Die Map kennt ihr bestimmt. Ist voll scheiße. Ich mag sie nicht. Und... Ich habe schon gesagt, dass ich die nicht mag. Okay. Ich gehe erstmal in die Mitte. Und dann in die Brücke da hinten. Okay. Passt erstmal. Es hängt ein bisschen. Aber egal. Ich habe wieder bald meine neue Grafikkarte. Dann sollte das Problem behoben sein. Dann sollte ich keine Probleme mehr haben. Ich laufe jetzt einfach mal... Am besten... Am besten ein bisschen krumm. Ein bisschen schief. Fair. Und... Ich pick dann mal ab. Und gleich... Drücke ich einfach mal Shift. Okay. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Eisen. Nur noch ein Eisen. Und ich kann mein Eisenschwert machen. Hier ist aber voll keiner. Das ist das Dumme. Das ist so scheiße, wenn man alleine ist. Und diese Pistons da, die regen so auf. Nein! Scheiße! Dreck! Alter Schwede! Ich bin dort! Ja. Jetzt? Und jetzt? Was machen wir jetzt? Direkt ins neue Spiel rein. Und zwar... Gehe ich einfach mal... Hier rein. Ja. Also wir sehen uns auch gleich, Leute. Bis gleich. So... Jetzt ist mal die... Zweite Runde am Start. Diesmal ist die Map Catch and Fire. Und... Ich geh mal... Erstmal zur Mitte wieder. Er hat geklappt. Also... Ich kann nicht... Klagen. Egal. Dann geh ich wieder weg. Ich kann einfach mal... ganz vorne lassen. Einfach mal so ein bisschen quer. Das ist eine Kiste. So... Wo... Ist... Eine andere Kiste. Beziehungsweise... Ein... Karate... Supply Karate... Irgendwie... Wie das heißt... Wie das halt heißt... Oh... Hier ist da... Das... Hm... Öffne dich! Alter... Hat mich das jetzt erschreckt... Alter Schwede... Alter Schwede... Hat mich das jetzt voll erschreckt... Ich guck die... Die haben sie nicht mehr alle. Ich glaub die haben sie nicht mehr alle. Alter Schwede... Wieso haben sie diesen Sound? Der nervt sowas von... Ist das zufällig oder so? Ich guck nicht, dass die einfach so sterben. Die ganzen Leute. Ah... Endlich! Ah... Das war ja... Pura... Wahnsinn! Ah... Ja... Ich bin nicht so... Der PvP... Typ... Glaub ich mal... Äh... Ja... Dann... Aber ich glaube das liegt trotzdem daran, dass... Das Spiel ein bisschen hängt... Also ich hab 30 FPS... Und ihr seht es ja flüssig... Aber bei mir ist es halt ein bisschen drücklich... Und wenn das weg ist... Dann soll das besser sein... Und das liegt halt... Das ist erst nach der 1.5 gekommen... Also nach der 1.5 habe ich Probleme bekommen... Ich weiß nicht wieso... Ich weiß nicht warum... Aber... Ja... Okay... Das war's dann Leute... Bis zum nächsten Mal... Ciao!